In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Artikelkataloge bearbeiten können. Begeben Sie sich hierzu zunächst über Stammdaten, Artikel in den Artikelstamm. Mit Katalogen ist der Suchbaum neben Ihrer Artikelliste gemeint. Diesen können Sie selbst verwalten und auch selbst aufbauen. Um die Artikelkataloge zu bearbeiten, klicken Sie bitte auf das Schlosssymbol unten links. Nun ist die Katalogstruktur zur Bearbeitung geöffnet. Sie haben die Möglichkeit, bestehende Katalogregister zu bearbeiten, zum Beispiel um diese umzubenennen. Über die Plus-Schaltfläche können Sie neue Strukturen anlegen. Beachten Sie bitte, dass die neue Struktur unter dem gerade ausgewählten Register angelegt wird. Um Artikeln den entsprechenden Registern zuzuweisen, klicken Sie diese ganz einfach an und ziehen diese in die entsprechende Kategorie. Somit können Sie Ihre ganz eigene Suchstruktur in unsere Software einbringen. Beenden Sie die Bearbeitung Anschluss erneut mit Klick auf das Schlosssymbol.